Das ist mein Freund, ja, und wir beide sind, ja, 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 ich bin Abowats Bruder, er ist von Seabroider Bruder, oder? Ich bin, äh, Minja Cypher, so wie die Generation. Er kann echt gut Englisch, rede mal Englisch, Digga. Digga, ich kann kein Englisch. Ah, ne, äh, Minja spricht Polnisch, ja, gesagt, okay. Ja, ich bin Farbenbomberin, mein Freund, der heißt Phil Lux, 0102, er ist auch Farbenbomberin, wir gehen bei einem Gebäude. Ja, MP mit uns gegen die Angriffen, wir ficken ihre Mutter kaputt. Ja, der macht die Waffe, schau mal. Boah, nein, Allah. Ich bin das. Minja, Minja als Polen, was war das? Ah, ja, ich mach nur Spaß. Nein, das ist, ey, willst du hier ne Shotgun? Ich hab hier ne Shotgun, äh, nee. Okay, wo seid ihr denn alle? Das Problem ist, ich seh jetzt nicht die Karte, weil mein Foto ist da drauf. Lasst alle ein Like bitte hoch, das wär sehr krass von euch, von meinem Freund auch. Wenn ihr ein Like macht, kriegt ihr auch, kriegt ihr auch 10.000 V-Bucks von mir, wenn ihr ein Like-Abo nennt. Ich hab eh nur einen Abonnenten, glaub ich, ja, von einem anderen Freund. Digga, komm mal hier zum Einkaufslander. Unten. Ich hab ne Ska. Ja, ja, P.J.R.L.E. cool, was sollt ihr jetzt? Was sollt ihr jetzt? Holt schon, na gut, ja. Komm schon, Zeit ist ja, Makima, wo wir sind, da kommen die auch hin. Oh, Minigang, Minigang. Ich hab zwei Jackie Jackson, komm mal zu mir. Wennst du ne Maschinenpistole, ne, blau? Blau-Pumpe, geil. Wo bist du? Ja, hier unten, neue Haus. Ich bin oben auf dem neue Haus. Ich komm runter. Komm her, ich hab zwei Jackie Jackson. Hier, nimm du den und ich trink den. Ich hab ne blaue Pump. Oder willst du auch erstmal den Jackie Jackson trinken? Nein, ich hab Hunger. Ey, lass mich schon in den Gegnern gucken. Nimm mich nicht. Ey, ich spiele nichts. Ja. Wo ist mit Omega? Ey, wer war das denn? Der Omega ist bei mir unten. Das bin ich. Das bin ich. Oh, Omega hackt. Was? Geh mal bitte zu meiner Ska unten. Ja, und nimm mich meinen Ska da. Der ist der zweite, hol ihn dir. Man darf keinen Loot nehmen, hast du gehört? Nee, ich kann nicht. Hast du ihn, er ist One-Shot? Er ist ganz oben, er ist ganz oben bei dir. Er hat gefühlt, er hat kaum nehm meinen Hut, bitte. Er hat mich gefühlt, er nimmt mein Hut. Er hat zehn aufhelfen. Er hat mein ganzes Hut genommen. Wer? Ja. Er hat einuger, ihn er hat. Er hat mein ganzes Hut, er hat ihn nicht. Er hat mich, er hat mich, er hat mich. Знаht mich. Er hat mich sehr gerne. Er hat mich. Er hat mich, ich spiele. Er hat mich, ich spiele. Number one. Hä? Er hat gehackt. Kill ihn. Er ist unten. Bei dir unten. Unten. Ja. Hol ihn dir. Ja. Nimm meine Ska ganz unten. Nimm meine Ska. Ich komm zu dir. Nimm die Ska. Nimm die Ska. Alles was unten ist. Ganz unten. Ganz unten. Oder ganz. Ganz. Ah, ich sehe sie. Sie sehe sie. Genau siehst du mich. Siehst du mich? Ich nehm deine Ska nicht. Ich geb dir ein Mini. Also ja. Ich verteid sie dir. Kommst du mal her? Okay. Ich hab den. Digga. Komm mit. Schau ab. Komm mit. Nimm doch ein Mini. Schau an Jackie Jackson. Digga. Wir müssen besser spielen. Wir sind ein YouTube. Ich spiele aber auch nicht ernst. Ich auch nicht. Das ist meine erste Runde heute, was ich hier zocke. Erste Runde ist scheiße, aber zweitrunde. Bamm, bamm, bamm. 80 Kills alle rasiert. 20 Kills habe ich gestern geschafft. Ist so. Spielwiese war mein Rekordfleck 100. Hä, wo sind die alle? Kommst du mal zu mir? Wo bist du? Bei unserem alten Mut. Ich mach jetzt Becken mit denen. Wenn sie kommt, kein Puffer. Wer baut da unten? Wo unten? Wo unten? Auf deutscher Wohlmaschine. Alter. Wo bist du? Ja, ich sehe den Jumppad. Ich sehe den Jumppad. Ich bin hier im kleines Haus drin. Oh mein Gott, ein kleiner Ritter. Ich? Ja, ich muss ja nicht mehr so was wissen. Aber sie kennen auch schon. Die dürfen sein. Weil guck uns nach Erden. Wo sind die? Ich glaube, sie sind jetzt nicht mal mit Hilfe gegangen. Markier mal. Weil die haben es an. Komm, wir fliegen mit Jumppad weg. Zum... Ja, ist klar. Doch, da können... Ei, da sind die wirklich. Wo sind die? Unten. Da beim Laden. Da werfen wir ein bisschen. Warte fort. Warte, ich habe C4. Chill. Du darfst nicht allein. Ey, Junge, C4 kann ich aber auch gucken. Die sind da unten nicht. Da wird doch vorbei, Chef. Er ist bei mir. Helf dir. Ich habe ihn gesaved. Hör auf zu schießen. Das bin ich nicht. Gut. Ich habe ihn gekillt. Zwei Kills, aber... Ich werde immer besser. Lass mir alles da drin, unten. Oh. Das ist so schlecht, ja. Dann. Ey, die Leute sollen mal gucken, was wenn Bands nicht machen. Okay. Ey, die Leute, das war unsere erste Runde und wir haben sie erst mal gewonnen. Erste Runde, zwei Kills, epischer Sieg. Komm. Ich spiele hier gerade mit meinem Ruffweiler, der an der Fickenspech. Der Hund weiß, dass er mit meiner Kursine gemacht hat. Warte, hör mal. Ruffweiler, der ist das erste an der Fickenspech. Ja, der Hund weiß, dass er mit meiner Kursine gemacht hat. Warte, hör mal. Der Hund weiß, dass er mit meiner Kursine gemacht hat. Gewickt? Haben Sie gesagt? Okay, ihr seht alle. Ich habe Omega. Hier. Äh, ich habe hier. Das ist Omega. Omega ist das doch. Das ist mir Spaß. Ja, Spaß. Ich bin normales Level, Level 100. Ich auch. Spaß. Habt ihr den hier? Dorft ich mir nicht. Wie viele Skills hast du? Komm, das durchspiel. Nein, nimm du den Mann von diesem Kind, was ich habe. Ich habe den nicht. Du hast doch den Mann von diesem Kind, was ich habe. Das ist doch der Mann von dem Mann von dem Mann von dem Mann. Achso, ich habe ihn. Nein, ich habe ihn nicht mehr. Scheiße. Die Garten. Die Garten. Ich bin live in YouTube. Leistein. Wie alt sind deine Hunde? Die Jungen noch Bibis sind das. Ja, Mann, meiner auch. Weil der, meiner kann richtig, der hat ja... Warte mal kurz. Warte kurz. Ich bin jetzt auf Tastatur. Ich will mal sehen, wie gut ich da bin. Hey. Hey, Dennis ist nicht da. Ich bin mit seinem Account drauf. Geh mal raus, der Boss. Der Boss, geh raus. Wir kicken dich. Guck, er geht schon raus. So regelt das. Hä? Wir sind jetzt eins. Nein, sind wir nicht. Höh? Ah, scheiß drauf. Ich rassier dich. Ich spiel nicht echt. Ey, komm, wir mal so. Ich lasse dir, ich kill dich ganz nett, okay? Dann sehen die gut nicht bünd. Ähm, irgendjemand hat sich gerade bei Davids Account eingeloggt. Keine Ahnung, wer. Stopp, Dennis. Nein, dann ist es doch in der Schule. Das war dieser Boss. Er hat seine Kontakte alle. Der heißt Dennis. Ja. Der Boss heißt Bess. Das ist kein Boss. Das ist ein Wichser und ein Noob, Alter. Ein Noob. Oh, die haben wir gesagt, so weiter nicht. Ich rassier ihn. Ich rassier ihn. Ich rassier ihn. Ich rassier seine Mutter an Ero Mushi. Egole, ich hab alles gerade episch. Alles. Deiner Wichser, ich hab vielleicht eine epische Fahrmacht, man hab ich nicht. Ich hab eine episch repensatierte Scharfschützengewehr. Ich spiel, ich spielst du echt nicht ein. Nein, Digga. Das krieg ich immer Kopfschmerzen, weil ich sofort echt spiele. Ich hab die Double-Kanone, die scheiße damit. Ich spiel erst mal ganz wie ein Noob. Ich muss erst mal Waden spielen. Mein Kind ist auch nur noch sehr kass. Verpiss dich. Verpiss dich. Kiki-Ball. Nein, ich bin nicht so unmeerenhaft. Sei es da rum. So macht man das, Digga, wie du gewacht hast. Nur noch, ich kann mich damit auch... Guck, du musst sagen, ey, willst du fliegen lernen? Wenn er sagt, ja, dann kriegst du ihn auf der Fahrt. Sag, hier, bitteschön, du hast fliegen gelernt. Tschüss. Wo hast du gerade? Ja, ja, da war ich doch gerade. Oh, zwei Reptetite Scharfschützgewehr. Ja, komm her. Ich bin hier unten. Weg geht's aus. Aber bring mich nicht um, bitte. Ich hoffe nicht. Ey, wenn wir jetzt in Bindung sind, ist der größte, der kleine. Hier liegt die doch. Nein, du kleiner Gumpf. Ich war in diesem Haus. Soll ich die Großgumpfbette machen? Hör auf, Le, du baust jetzt einer an. Du, ich geh auf, wir mal Sniper-Challenge jetzt. Ja, mach deine ganzen Waffen weg. Wieso? Weil wir machen uns, lass nur Sniper zu essen. Goldene Rüttetite Scharfschützengewehr. Ey, komm, wenn du Eier hast, machen wir nur Sniper-Challenge. Guck mal. Darf ich eine? Ich hab nur eine blaue. Und? Spaß, hör auf, hör auf. Wenn du mich jetzt abschießt, ich geb dir keine scheiß Dings da. Üps, hier. Gib mir die blaue dann zurück. Mit der Muni. Hey, Spaß. Ey, sollen wir jetzt machen eins gegen eins nur mit Sniper? Ja, aber wo gehst du hin? Ich brauche eine Falle. Ich möchte die unter eine Falle packen. Ich hab eine Falle. Gib her. Nein. Sonst muss ich dich leider eliminieren. Eliminiert von jeder Sniper-Challenge. Hör auf, mich zu töten. Hör auf. Wenn du das machst, ich blockiere dich. Eliminiert von jeder Sniper-Challenge. Aber nur so ein Notdruck. Wann geht's los mit Sniper-Bettel? Wo gehst du denn überhaupt hin? Ja, ich bin Mann-Cower. Weil da kann man am besten machen. Okay, dann geh ruhig. Ich geh, ich geh hier auf diesen Berg. Ich bin ein Tor. Ich möchte, dass wir ganz weit schießen wollen. Ungefähr 1000 Meter. So, ey, ich hab mal was für deinen Sniper-Rekord. Sag mal bitte. Ähm, 864. Geht gar nicht. Doch, geht. Meiner war 9000. Weißt du wie? Ja, wie? Ähm, C4-Bombe. Da war ein Freund von mir. Da war ich in, ähm, Salty Springs. Ne, Witte-Wau. Und er war in Tiltetower unter der Brücke, mein Freund. Und er hat dann gesagt, wenn Leute kommen, soll ich zünden. Dann ein Mensch war unter der Bombe. Ich zünde zwei Kilds. Ah ja, ich weiß, wie weit du bist so weit weggelaufen bist. Ja, und dann hat er mir gesagt, wie weit, wo das alles ist. Ich war mal von der Falle weit weg. Also ich hab die Falle geplaced. Ich war 1000 Meter weg. Alter, das ist, um einmal das Nummer 3 gelaufen. Oder 3 Stützen da reingelaufen. Ich hab da so Farm ausgeführt. Die darf man aber nicht nehmen. So scheiße. Kennst du die, wie Armin Akai um? Summa. Armin Akai. Armin Akai um, kennst du das?